Untertitelung des ZDF, 2020 Ach so, hier hat wohl einer Unsinn getrieben. Hallo, Äffchen, weißt du, was hier los ist? Sag mal, Äffchen, dann bringst du hier ja wirklich alles durcheinander. Oh, guten Tag Fuchs, der Affe treibt hier so viel Unsinn. Weißt du vielleicht eine Lösung? Was, du willst den Affen mit Haut und Haar fressen? Nein, das geht auf gar keinen Fall. Hm, was macht man bloß mit so einem verrückten Äffchen? So, jetzt ist das Äffchen gefangen und kann keinen Unsinn mehr treiben. Dafür ist es jetzt ganz traurig. So, jetzt ist es, du willst den Affen mit Haut und Haar fressen. Ja, deine Freunde haben dir geholfen, auch wenn du noch so ein freches Äffchen bist. Ja, wir haben es geschafft, keiner ist allein. Hier auf meiner Schmudeldecke geht's uns allen frein. Zuhaar! Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.